Wir gehen in ein neues Video rein über DMA, die Meinungsfreiheit auf Social Media immer weiter eingeschränkt werden soll. Digital Service Act, der 25. August und die Zensur in Europa. Dann muss alles in eine Richtung gehen und jeder, der das anders berichtet oder der das anders sieht, muss unterdrückt werden. Darum geht's einfach. Und nur legitime und reguläre Informationen zulassen möchte. Nur legitime und reguläre Informationen zulassen, Digga. Welcome to China, motherfucker. Wenn Kritiker damit argumentieren und sagen, dass dies eine dunkle Stunde für Europa eine Zensur ist, dann haben sie damit vollkommen recht. Ziehen wir uns mal rein hier. Falls wir das hochladen auf YouTube, YouTube, ich liebe euch, wir gehen in ein neues Video rein über DMA. Das ist Digital Service Act, irgendwie sowas. Da geht's darum, dass die Meinungsfreiheit auf Social Media immer weiter eingeschränkt werden soll. Und da gibt's irgendwie einen neuen Gesetzesentwurf. Ich weiß selber nicht genau, um was es geht, aber das werden wir uns jetzt mal hier reinziehen. Hier gibt's ein Video auf TikTok von jemandem, was mir in den Discord reingeschickt wurde, was dieses Thema behandelt. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an, hier an der Stelle. Yes. Digital Service Act. Der 25. August und die Zensur in Europa. Was ist überhaupt los, klären wir einmal auf. Der sogenannte Digital Service Act kommt ab dem 25. August und wird europaweit gelten. Dieses sogenannte EU-Gesetz gegen Desinformation... Ein EU-Gesetz gegen Desinformation, Digga, da sind wir doch schon beim Problem. Alleine der Name Desinformation, da werde ich schon hellhörig so. Weil dann frage ich mich gleichzeitig immer schon, wenn ich das lese so, wer ist derjenige, der entscheidet, was Desinformation ist so. Wie gesagt, während der Corona-Zeit, als ich da mich hingesetzt habe und meine Wahrheit gesprochen habe, sage ich mal so, und auch andere Leute versucht haben, Leute aufzuklären, wurde das als Desinformation abgestempelt. Und es hat sich dann Jahre später herausgestellt, dass einige Punkte, die wir da genannt haben, richtig waren. Und dass die Leute, die das gesagt haben, dass es Desinformation ist, selber eingeräumt haben, dass es keine Desinformation war. Und dass die selber Desinformation verbreitet haben, indem sie zum Beispiel gesagt haben, Karl Lauterbach, die Impfung hat keine Nebenwirkungen. So, deswegen, da merkst du schon, es geht einfach nur um Kontrolle. Es geht einfach nur darum, dass wenn ein Narrativ da ist oder wenn irgendwas politisch umgesetzt werden soll, wie zum Beispiel Waffenlieferung, Ukraine, dann muss alles in eine Richtung gehen. Und jeder, der das anders berichtet oder der das anders sieht, muss unterdrückt werden. Darum geht es einfach. ...soll in der Zukunft dafür sorgen, dass gewisse kritische Medieninhalte unter anderem auf Twitter und Co. eingeschränkt werden. Mögliche Resultate sind dann unter anderem Sperrung der Content, aber auch das sauerhafte Gelöschtwerden von kritischen Stimmen innerhalb des Netzwerkes, sei es Twitter, TikTok, Instagram und Co. Ich glaube sogar, äh... Ich glaube sogar, dass WhatsApp da mit dabei ist, so. Die Europäische Union argumentiert damit auf ihrer Homepage, dass sie damit mehr Sicherheit den Verbrauchern gewährleisten möchte und nur legitime und reguläre Informationen zulassen möchte. Nur legitime und reguläre Informationen zulassen, Digga. Welcome to China, motherfucker. Und genau das ist das Problem. Soll heißen, kritische Medienberichtserstattung, die eben nicht mit der Meinung d'accord ist, wird zensiert. Sprich, sie wird aus dem Netzwerk gelöscht oder die Aufrufzahl innerhalb des Netzwerkes wird gedrosselt. Da muss man eventuell auf Kick rüber. Wie gesagt, ich will meine Staatsbürgerschaft, ich will meine amerikanische Staatsbürgerschaft und dann werde ich auch meinen YouTube-Kanal und alle meine Social-Media-Kanäle und auch meine Musik-Sachen und so, werde ich rüberziehen. Weißt du? Ich werde das dann ändern. Weil das ist EU-Recht. Das ist nicht weltweit. Weißt du? Das geht hier gerade um Europa. TikTok, Twitter und Instagram sowie Facebook massivst betroffen. Lediglich Telegram sowie Discord-Channel sind davon ausgenommen. Und jetzt kommt der Hammer. Bereits jetzt verzeichnet man... Was war ausgenommen? Was hat er gesagt? Und jetzt kommt der Hammer. Bereits der Channel sind... Lediglich Telegram sowie Discord-Channel sind davon ausgenommen. Telegram und Discord läuft noch. Und jetzt kommt der Hammer. Amerika mindestens genauso schlimm dran. Glaube ich nicht, Dion. Safe nicht. Es wird viel schwieriger sein. Es wird viel schwieriger sein, sowas in den Staaten durchzusetzen. Viel schwieriger. Und wenn du siehst, was habe ich vorhin auch schon angesprochen. Wenn du siehst, was für Kanäle es in den Staaten gibt, über was für Themen die reden und wie krass die viral gehen und solche Sachen. Da ist die Freiheit, das zu sagen, was du denkst, ist da viel größer. Auch wenn das Leute sich nicht vorstellen können, aber es ist so. Und ich sage dir ehrlich, ich weiß, die Amis sind auch durch. In alle Richtungen so. Und wenn da sowas kommen sollte, dann gibt es da ganz viele Leute, die aufstehen und durchdrehen. Aber richtig durchdrehen. Weißt du, was ich meine? Die haben noch einen Bezug zur Freiheit. Die haben einen Bezug zur Freiheit noch mehr als Deutsche. Es ist einfach so. Das kann man sich nicht richtig vorstellen, weil man immer denkt, es kommt alles aus Amerika und so. Aber das siehst du allein daran, welche Themen in Amerika online behandelt werden auf Social Media und es keine Probleme da gibt. Und die sind halt auch nicht so ein Bückvolk wie wir, die einfach alles mitmachen. Jetzt verzeichnet man einen riesen Zugang der Kanäle auf Telegram und Discord. Was Gott sei Dank so auch möglich ist. Denn dieses Gesetz wird nur dafür sorgen, dass kritische Stimmen verschwinden, beziehungsweise mundtot gemacht werden oder eben gänzlich selbst aus dem Netzwerk gebannt werden. Wenn Kritiker damit argumentieren und sagen, dass dies eine dunkle Stunde für Europa eine Zensur ist, dann haben sie damit vollkommen recht. Und auch ich ziehe also mit vielen Kolleginnen und Kollegen gleich. Ich, bereits im Vorfeld hatte ich das angekündigt, dass kritische Videos von mir lediglich nur noch auf Telegram kommen. Und deswegen bitte ich dich nun, um genau das... Guck, Digga, das ist krass, Mann, ey. Da werden die Leute auch richtig so erzogen, weißt du? Das ist dann so, die meisten Leute werden die Schlussfolgerung ziehen, okay, dann mache ich den kritischen Content nur noch da, wo der erlaubt ist, so mäßig so, weißt du? Und bei den anderen Plattformen mache ich trotzdem mit, aber ich halte meine Schnauze. Und das werde ich halt zum Beispiel nicht tun. Ich werde so lange meinen kritischen Content auf allen Plattformen streuen, wie es geht. Und wenn ich irgendwo gebannt oder gelöscht werde, dann suche ich eine Alternativplattform. Oder bis dahin habe ich hoffentlich eine andere Staatsbürgerschaft, Digga. Ist so. Geh auf Telegram, gib Dennis Karabak ein und folge mir dort. Es wird eine sehr interessante Zeit werden nach dem 25. August. Wir werden auf jedem Portal feststellen, wie auf einmal kritische Videos und vor allem Creator verschwinden. Gelöscht, gebannt oder deaktiviert werden. Falls du dir dieses Gesetz durchlesen möchtest, kannst du es sehr gerne tun. Geh bei mir auf die Bio, dann auf den Linktree und lies dir diesen sogenannten Digital Service Act selbst durch. Krass, Mann, Alter. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch mal durchlesen. Der Arthur sagt gerade, das sind auch 50 Bundesstaaten in den USA, die nicht alle genau gleichgeschaltet sind, politisch und gesellschaftlich. Genau so ist es, Arthur. In fucking Florida musstest du nicht mal einen Maske tragen. Während wir zu Hause eingesperrt waren, war ich in Miami und bin ohne Maske in den Laden reingelaufen einkaufen. Nach ein, zwei Jahren Lockdown in Deutschland. Und da ist es auch vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, was Gesetze etc. angeht. Das ist einfach ein ganz anderes System da drüben. Es funktioniert einfach ganz anders. Und ich sag dir auch, die haben ja zum Beispiel auch dieses Waffengesetz, was auch viele kritisch sehen. Und ich bin jetzt auch kein Fan von Waffen. Aber die haben zum Beispiel auch in der Verfassung drinstehen, dass diese Waffen dafür da sind, damit du dich selbst beschützen kannst. Vor allem, auch vor dem Staat. Und da merkst du einfach, die ticken einfach ganz anders so. Es gibt ganz viele Probleme in den Staaten. Ich sag, Americans are the most fucked up people in the world auch teilweise. Sag ich dir ehrlich. Da gibt es ganz viele Leute, die heftig tief indoktriniert sind. Aber es gibt da auch das heftigste, das heftigste Pendant. Weißt du, wie ich meine? Da gibt es auch Leute, die extrem ein Bedürfnis nach Freiheit haben und die was verändern wollen und so. Das gibt es da auch. Und das mehr als woanders. Weißt du? Und deswegen, es gibt diese beiden Seiten. Das hat immer zwei Seiten, die Medaille. Es gibt nicht nur die eine Seite. Weißt du? Das muss man halt sehen. Sterben dann im Sozialnetzwerk aus. Krass, Digga. Krass, krass, krass. Ey, wenn das kommt, dann sind wir auf jeden Fall heftig gefährdet, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Also das sag ich zu YouTube und das sag ich auch zu Twitch. Also wenn dieses Gesetz kommt oder das so beschlossen ist, Digga. Das ist dann für uns auf jeden Fall eine ganz gefährliche Geschichte so. Weil wir bewegen uns da schon auf dünnem Eis. Jetzt schon. Und wenn dann sowas kommt, dann ey. Naja, wir werden eine Alternative finden, meine lieben Freunde. Wir werden schon eine Alternative finden, um weiterhin zu verbreiten. Ich küsse euer Herz YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Liebe geht raus an die ganze Community. Gang. Trump 2024. Ey. Trump sagt teilweise Sachen, die nicht schlecht sind. Muss ich so zugeben. Leon, Trump ist kein schlechter Mensch. Er hat nur andere Ansichten der Dinge. Wer hat denn gesagt, dass Trump ein schlechter Mensch ist? Ich hab doch eben gesagt, dass er gute Sachen gesagt hat. Hä? Ich hab nie gesagt, dass Trump ein schlechter Mensch ist. Nie. Ist nie aus meinem Mund gekommen. Vor allem menschlich gesehen so. Menschlich gesehen kannst du niemanden einschätzen, den du aus dem Internet kennst. Oder den du im Internet verfolgst so. Du kannst nur die Dinge bewerten, die er sagt oder nicht sagt so. Weißt du? Und so richtig menschlich bewerten kannst du jemanden nur, wenn du ihn kennst oder triffst und spürst, was das für ein Mensch ist so. Das sollten die Leute auch nicht vergessen bei diesem ganzen Internet und so. Dass das nicht echt ist jetzt hier. Ihr kennt mich eigentlich gar nicht richtig. Ihr kennt mich schon, weil ich immer versuche, so real wie möglich zu sein. Und das, was auf meinem Herzen ist, rauszulassen. Und ich glaub, das merkt man auch. Aber menschlich gesehen könnt ihr mich erst kennen, wenn ihr mich kennt. In echt. Trump ist der Einzige, der nicht Teil von dieser fake-liberalen Agenda ist. Der ist noch wie unsere Eltern im Kopf. Ey, wie gesagt, ich hab mir ein paar Sachen von Trump reingezogen. In letzter Zeit immer öfter. Und der sagt ein paar wichtige Sachen so. Auf jeden Fall. Definitiv. Nichtsdestotrotz muss man auch da aufpassen. Weil, ähm... Na, Digga. Alle Leute, die so einen heftigen Reichtum und so viel Macht mal hatten, da muss man einfach aufpassen, Digi. Du kannst nicht sagen, ey, Digga, Trump ist der krasseste und der ist der beste und so. Du weißt nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Weißt du einfach nicht. So. Und da werden auch sehr viele Leute einfach uns präsentiert, die angeblich irgendwie gegen irgendwas sind, aber trotzdem dabei sind und so. Deswegen, pass da auf. Vertrau keinem Menschen im Internet zu 100%. Vertrau nur dir selber und Gott. Das ist so das, was ich den Leuten, was ich so appellieren kann. Aber nichtsdestotrotz finde ich teilweise die Sachen, die er erzählt, gut. Und ich finde es gut, dass es da irgendwie Leute gibt, die auch noch eine andere Sicht der Dinge präsentieren. Heftig bekämpft werden, aber ja. Ja, so. Man muss trotzdem immer vorsichtig sein. Bei allem und bei jedem. So. Sag niemanden, heb niemanden so hoch, wie als ob er ein Prophet wäre oder so. Weißt du, wie ich meine? Boah, der ist die Rettung. So. Boah, die AfD ist die Rettung, Digga. Die werden alles richtig machen und die werden genau ihre Versprechen einhalten. Ja, Digga, die Vergangenheit hat gezeigt, dass 99%, 99,99999% von den Leuten die Versprechungen gemacht haben, egal welche Partei, auch in den Ursprüngen und so. Immer wenn sie an die Macht gekommen sind, erst ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Deswegen seid vorsichtig und vertraut nichts zu 100%. Und vor allen Dingen nicht so dieses so Messias-technisch irgendwas anzuhimmeln. Das ist immer gefährlich. Die Präsidenten entscheiden doch nicht mal selbst. Die haben nicht mal ansatzweise so viel Macht, wie manche denken. Safe. Sehe ich genauso. Das deutsche Volk lässt sich leider leicht lenken. Leider. Leider, Bro. Leider. Das hat man auch in der Corona-Zeit gemerkt. Hat mich auch mega enttäuscht so. Dass die meisten halt einfach so mitmachen und immer folgen müssen. Ich habe so das Gefühl, die brauchen immer jemanden, dem die folgen können. Anstatt sich und seinem Herz zu folgen so. Trump war auch in der gleichen Schule wie Merkel, Baerbock, Scholz und Co. Er sagt schon gute Sachen, aber ich gebe ihm nicht mein Vertrauen. Young Global Leaders, it out, man. Fühle ich, Bro. Fühle ich. Fühle ich. Nicht vollstes Vertrauen geben auf jeden Fall. Man kann sich ja reinziehen und man kann sagen, okay, da hat er einen guten Punkt so. Weißt du? Da hat er was Gutes gesagt so. Weißt du? Das heißt aber noch lange nicht, dass es ein Messias ist, der die Welt rettet. So. Das ist wichtig, Digga. Das ist wichtig. Ja, ein Ding können wir noch reinziehen. Ich habe doch hier diese Dings, diese Reels haben wir noch vorhin reingezogen. Da habe ich auch eins von Trump sogar drin. Putin ist ein Körner. A lot of Körner. We got a lot of Körner. Why do you think our country is so innocent? Do you think our country is so innocent? I don't know of any government leaders that are killers in the United States. Well, take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, the mistakes are different then. A lot of mistakes. Okay, but a lot of people were killed. So, a lot of killers are around, believe me. Das ist halt Real Talk, Digga. Da kannst du nichts gegen sagen, Digga. Was willst du jetzt dagegen sagen? Weißt du, wie ich meine? Da gibt es nichts gegen zu sagen. Das ist Real Talk, Bro. So, fertig aus. A lot of killers, Bro. Look at what we've done. So. Ist gut. Sind meiner Meinung nach alles eh nur Marionetten. Da gibt es Leute mit ganz viel Geld, die Politik schon fast 100% in der Hand haben und die Entscheidungen treffen, die getroffen werden müssen, damit die ihre Macht und ihr Geld weiter behalten können. Das ist das, was ich glaube. Also ich glaube nicht daran, dass du als Politiker wirklich was verändern kannst. Glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es immer Mächte, die größer sind als du. Die wirklich die Fäden in der Hand haben. Die kennen wir teilweise gar nicht. Meinst du, Putin macht das auch mit? Oder das Ding ist, am Ende des Tages bin ich jemand, der nicht weiß, was die Wahrheit ist. Ich bin jemand, ich kann dir nicht sagen, was wirklich hinter den Kulissen hat. Keiner von euch kann das sagen. Auch wenn einige Leute hier manchmal so das Gefühl rübergeben, als ob die die Wahrheit wissen und als ob die Gott sind, so mäßig. Aber keiner von uns weiß, was wirklich abgeht. Wir können natürlich in die Recherche reingehen. Wir können uns natürlich die ein oder anderen Informationen reinziehen. Und man kann so ein Gefühl dafür bekommen, dass die Sachen, die uns präsentiert werden und das, was so vor unseren Augen passiert, nicht der Realität entspricht, beziehungsweise das nicht so ist, wie es uns gesagt wird. Aber wirklich wissen, was passiert, tun wir nicht. Wir können Theorien aufstellen. Das ist das, was wir hier auch machen. Keiner von uns weiß die Wahrheit. Und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, was mit Putin zum Beispiel los ist. Weil Putin zum Beispiel, da gibt es auch die Information, der war auch Young Global Leader. Der hat auch irgendwas mit dem WEF zu tun. Das alleine sagt mir so, okay krass, Digga. Was willst du denn eigentlich noch glauben? Was willst du denn eigentlich noch jetzt wirklich glauben? Deswegen kann ich dir darauf keine Antwort geben, Bro. Kann ich nicht. Keine Ahnung. Was der wirklich macht, was seine Agenda ist. Ob überhaupt ein wirklicher Krieg zwischen Amerika und Russland ist. Ob die nicht irgendwo alle am Ende des Tages unter einer Decke stecken. Ob das nicht bei den Milliardären und bei den Leuten, die wirklich entscheiden, was auf der Welt abgeht. Scheißegal, das ist was für eine Nationalität oder so du hast. Sondern da geht es einfach nur darum, wie können wir unsere Macht und unser Geld erhalten. Und wie können wir so weit wie möglich alle Menschen auf der Welt steuern. Mehr oder weniger. So viel wie möglich auf jeden Fall. Weißt du, wie ich meine? So. Auch teilweise Regierungsleute aus China waren im WEF mit dabei und so. Also das ist alles, das ist Theorie, was ich hier sage. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber ich könnte mir das vorstellen. So. Zu mies recherchieren ist auch nicht gut, Freunde. Das wichtigste ist immer noch, dass ihr euch um euer eigenes Leben kümmert und dass ihr in der Realität auch lebt. So, ne? Nicht den ganzen Tag nur Theorie-Videos reinziehen und rumschwurbeln und so. Was man auch hier und da machen kann, ist auch nice, auch wichtig und so. So, aber habt einen Traum im Leben, weißt du. Sucht euch, findet eure Bestimmung. Beschäftigt euch mit euch selber. Geht in eine Reise in euch rein. Hört auf euer Herz. Lebt euren Traum jeden Tag. So. Macht euer Leben zu einem Film. Da müsst ihr euch auch nicht mehr tausend Filme reinziehen. Weißt du, wie ich meine? Sondern dann ist euer eigenes Leben ein Film. Und es kann schnell vorbei sein. Und deswegen will ich jedem ans Herz legen. Die Kernmessage am Ende des Tages ist, finde deine Bestimmung. Jeder hat eine Bestimmung hier auf der Welt. Jeder von uns hat irgendwas im Herzen, wo er sagt so, das ist meine Bestimmung, Digi. Das ist das, was ich leben muss. So, da bin ich was Besonderes. Das ist auch mein Traum. So. Und das musst du leben, Bro. So. Und alles dafür tun, das zu leben. Weil, wie gesagt, es kann wirklich morgen vorbei sein. Kann schon ein paar Sekunden vorbei sein. Kann sein, ich weiß ich nicht. So, ich will keine Szenarien hier an die Wand malen. So, aber kann wirklich vorbei sein. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass man nicht mal angefangen hat, zu versuchen, seinen Traum zu leben. Weißt du? Also macht was aus eurem Leben, Digi. Ich schwör dir. Raus aus diesem Hamsterrad, aus diesem Matrix. Scheiß, Digga. Dazu ist auch das, was wir hier machen. Aufklärungsarbeit. Damit ihr auch versteht, dass viele Sachen, die uns eingetrichtert wurden als Kind, was wir erreichen müssen und was gut ist und was wir jagen müssen und so, einfach nicht real ist so. Das Einzige, was du jagen musst, ist deine Bestimmung. Deine Bestimmung. Und jeder hat eine Bestimmung. Und nicht jeder hat die gleiche Bestimmung. Weißt du? Finde die und geh den Weg bis zum Tod.